Hallo und herzlich willkommen bei Thomann Brass & Wins. Mein Name ist Jutta und ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast, und zwar Stefan Huber, der Du bist. Hallo Stefan. Hi Jutta, servus miteinander. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Ja, schön, dass du da bist, Stefan. Du bist freiberuflicher, du bist. Was schließt denn das alles ein in deinem Leben? Was machst du alles? Ja, was wahrscheinlich das naheliegendste ist, ist das Tuba spielen an und für sich. Also ich habe eine Band, Kapellison, wo wir recht viel auf dem Weg sind. Dann natürlich bis zu einem gewissen Grad die Unterrichtstätigkeit. Und sehr viel ausprobieren im Studio, daheim schauen, was möglich ist. Also das ist eine Zeit von mir, die ich unglaublich gern habe, wenn ich bei mir in dem Raum sitze und testen kann und ausprobieren kann. Und ja, dem Instrument einfach nur ein bisschen schauen, mal schauen, was man dem immer noch rauslocken kann oder wo man es einsetzen kann. Und bleibt da die Zeit überhaupt? Prinzipiell schon, wobei ich da ganz ehrlicherweise sagen muss, dass ich für die Ausprobiertzeit, das kann ich nur, wenn ich wirklich Ruhe habe. Also wenn ich jetzt zwei Stunden Zeit habe oder so, dann ist der kreative Prozess meistens schon von meinem Kopf weg, davor schon weg, weil ich weiß, okay, jetzt spätestens in zwei Stunden muss ich wieder aufhören. Das heißt, ich probiere die Zeit zu nutzen, wenn ich dann frei habe und das wirklich zu genießen. Und hast du viel frei? Du hast jetzt schon Kapelle so und so erwähnt. Du hast bestimmt noch mehr Bands und Projekte am Start, wo du regelmäßig spielst. Ja, also Kapelle so und so ist schon das meiste. Da spielen wir ungefähr 100 Mal pro Jahr. Das ist schon einiges. Dann die Unterrichtstätigkeit natürlich immer ein bisschen am Ausprobieren. Und natürlich die Aushilfssachen, so wie früher, die werden weniger. Wobei ich da jetzt auch gar nicht mehr so traurig bin. Aber jetzt habe ich gerade wieder ein Projekt mit einem Singer-Songwriter aus Vorarlberg mal ein bisschen gestartet, wo wir im Duo ein bisschen was machen. Ja, und genau diese Neugierde, die habe ich Gott sei Dank immer noch. Und es macht mir extrem Spaß. Cool, sehr gut. Eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Wie bist du zur Tuba gekommen? Ganz, ganz klassisch. Also mehr Klischee geht fast nicht. Ich bin vom Dorf, also im Dorf aufgewachsen. Aufham, Gemeinde Anger. Und da nicht mal im Zentrum von dem Dorf, sondern noch irgendwie direkt am Waldrand. Und mein erstes Instrument war steirische Zirch. Es war eine steirische Harmonika. Und genau, wo ich dann ein bisschen, damals war das auch ehrlich gesagt mit den Kindertuben noch nicht so verbreitet. Da hat es eben geheißen, jetzt wachst du nur ein bisschen und dann kannst du mal Tuba lernen. Und mein unmittelbarer Nachbar, der allerdings auch schon 400 Meter Luftlinie weggewohnt hat, der war der Zubist von der Blaskapelle. Und der war damals, sage ich mal, so 60. Und der hat immer schon zu mir gesagt, du wärst mal mein Nachfolger. Und dann bin ich zu ihm dann irgendwann, wo ich dürfen habe und habe das Instrument ausprobiert. Ja, cool. Sehr gut. Ja, ähnlich wie bei mir. Ich hatte mit Klavier angefangen und wollte dann, wenn mir Klavier irgendwann zu einsam war, auch in die Blaskapelle und hätte dann gern Posaune gespielt. Aber der Dirigent meinte, nee, nee, mach Tuba. Du hast das ja gemacht mit der Posaune dann später. Das genau, ja. Aber es wurde einfach jemand gebraucht, der es macht, kommt ja auch oft vor. Absolut, ja. Ja, und natürlich ist es ein Klischeeweg, aber es ist ein wunderbarer Weg, oder? Also man ist da ja super gut aufgehalten in einer Blaskapelle und es ist so ein Querschnitt von der Gesellschaft. Ja. Und man hat überhaupt nicht oft, das was man jetzt so merkt, die verschiedenen Meinungen und keiner geht mehr aufeinander zu. Das hast du in einer Blaskapelle ja prinzipiell auch. Ja, du hast lauter verschiedene Typen und trotzdem schaffen es die, der zwölfjährige Klarinett da mit der 70-jährigen Tenorhain-Spielerin sich einmal in der Woche zum Treffen und unterm Strich irgendwie was auf die Füße zu stellen und miteinander was zum Arbeiten, was sehr traumhaft ist. Ja, das schätze ich auch wirklich sehr. Das stimmt. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es noch keine Kindertuben gab. Hast du noch weitere Ideen, woran es liegen könnte, dass Tuba oft erst, sag mal, die zweite Wahl ist? Oh, also ich persönlich kann es überhaupt nicht verstehen. Ja, ich nämlich auch nicht. Ja, ich glaube, das ist so das Rockstar-Gene, oder? Also ich glaube, wenn du gerne auf der Bühne stehst, dann gibt es halt die Leute, die sehr gerne ganz vorn stehen und die Teamworker. Und ich glaube, so ein bisschen nach der Charakterausprägung, glaube ich, wäre da ein bisschen das Instrument gewählt. Aber mittlerweile ist es ja schon ganz schön zu sehen, dass einfach auch kleine Ladies, kleine Buben irgendwie schon früh anfangen und das körperlich halt auch super machen können mit Tuba-Ständern und sämtliche Gadgets, was man da mittlerweile dazu haben kann. Ja, das stimmt, finde ich auch, dass da wirklich, mittlerweile steht da dem wirklich nichts mehr im Wege. Ja, Kindertuben, Tuba-Ständer, kann man auf jeden Fall schon früh anfangen. Wie alt warst du dann, als du angefangen hast? Ich glaube, 13. Ja, ich war relativ groß damals schon. Ich habe dann auch so eine völlig schrottige, dreiventilige Beethoven mit Löchern gekriegt, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht zum Spielen. Und ich bin dann immer zu Fuß da zu meinem Nachbarn rübergegangen und das war, das Rennen die am Extremhoho, der war jetzt einfach ein Dorfkape, ein Blasmusikant gewesen. Ja, der hat nicht schlecht gespielt, aber er war jetzt halt nicht irgendwie in der Profiliga. Und der hat dann relativ, ich bin dann da rüber, aber ein paar Töne gelernt und dann haben wir halt miteinander Mersche gespielt aus dem Marschburg und so. Nach einem halben Jahr hat er dann aber sofort gesagt, ich muss irgendwo anders hingehen. Wo ich mir denke, wenn du so ein 60-jähriger Mensch bist, das finde ich ist eine unfassbare Stärke einfach, dass du sagst, okay, ich möchte, dass der junge Buur da jetzt noch woanders hinkommt, weil vielleicht kann er bei mir nicht so viel lernen, wie er drinnen war. So, wir haben damals irgendwie schon hoch angerechnet. Ja, super. Was würdest du jetzt sagen, wie früh kann man mit Tuba anfangen? Also auch eine Frage, die ich oft gefragt hätte. Also ich glaube, sobald sich das halbwegs ausgeht, wenn du das halten kannst mit dem Sternen, kann es losgehen, da gibt es keine Grenze. Ich habe jetzt einen Tenorhalschüler, der ist vier. Wow, okay. Darf ich mich verzeihen, schnell? Ja, klar. Also so einen jungen Schüler habe ich noch nie gehabt. Und das ist natürlich nochmal eine Challenge, weil der kann ja noch nicht schreiben und bedingt zählen. Und wenn du sagst C, dann sagt er halt überhaupt nichts. Und das war jetzt total cool irgendwie, es ist jetzt seit letztes Jahr September, genau, ne, Schwier. Und da musst du halt irgendwas überlegen, da musst du ja irgendwelche Töne spülen und dann habe ich das so probiert mit Farben. Und das funktioniert wunderbarst. Also tatsächlich, da hat sich sehr leicht, muss man sagen, kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Aber nochmal, ich glaube, das wollte er mittlerweile, sobald du das körperlich schaffst, dass das Instrument nicht nach vorne wegfällt, wenn das auf dem Sternen ist, ist überhaupt kein Problem mehr. Cool, mega gut. Das heißt, man kann sich jetzt an dich wenden, wenn man… Also das andere Konzept ist noch nicht fertig, vielleicht gibt es mir nur ein Jahr Zeit oder so. Okay. Ja, mich würde dann interessieren, wie es dann weiterging. Und wir sind nicht nur im gleichen Jahr geboren, habe ich festgestellt, sondern wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich erst während dem Studium so gecheckt haben, was man eigentlich machen kann oder dass man freiberuflich, als du bist, als du bist denn, irgendwie sein Leben bestreiten kann. Wie war das bei dir dann? Ja, bei mir war das so, ich bin dann eben von dem ersten besagten Lehrer ans Musikum in Salzburg gekommen, beim Egner Rudi, habe ich da gelernt. Und da bin ich dann halt auch recht schnell mal auf so Seminare mitgenommen worden. Nach Bagoesern, der Vater der auch bestens bekannt sei, und nach Bergheim und so. Und dann waren da halt schon immer Leute, die sehr, sehr gut gespielt haben. Das waren dann so Vorbilder. Und ich habe dann erfahren, okay, man kann Tuba studieren. Und da war ich dann so vielleicht so 14 oder 15 vielleicht. Und dann war für mich klar, ich möchte das machen. Aber für mich war überhaupt nicht klar, was das heißt. Dann war nur die nächste Hürde, dass ich dann irgendwann erfahren habe, dass man da gar kein Abitur braucht. Und dann war natürlich die Lust auf Schule komplett vorbei. Und das habe ich dann auch meinem damaligen Lehrer wirklich zum Verdanken gehabt, der mich da quasi hingeprügelt hat. Er hat gesagt, ich gehe acht Stunden arbeiten, dein Job ist Schule. Zuerst verbringe die Zeit damit. Ich hoffe, dass die nie mehr, nie irgendwer nach dem Zeugnis fragt. Und im Endeffekt eh das Gleiche, was die Eltern gesagt haben, nur bei den Eltern hat man halt nicht drauf gehört und bei ihm schon. Genau, und dann bin ich da in das Studium reingeschlittert, ohne irgendeinen Plan. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, da war ich auch in Bercht-Skaner-Land. Da hat es jetzt zu der damaligen Zeit nicht viele junge Turbisten gegeben. Und ich war halt einer, der ein bisschen spielen konnte. Und dementsprechend bin ich da auch immer völlig übertrieben hochgelobt worden. Also auch so von außen stehend ein Wahnsinn, wie du spielst. Und wenn du das Ganze hörst, die ganze Zeit, irgendwann glaubst du selber, dass du richtig gut spielst. Und dann bin ich da nach Linz gekommen und da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Und habe erst mal gemerkt, ja, die spielen alle wesentlich besser. Da ist nichts mit vorne dabei oder so. Und dann wäre einem erst mal bewusst, was das eigentlich für Arbeit ist und was man da für Disziplin braucht. Und dann natürlich auch mit der klassischen Literatur. Ich habe schon im Schulorchester gespielt, aber dass ich mich da genau auskennt hätte, bei welchem Stickel, welcher Tuba, beziehungsweise ob überhaupt so Tuba dabei ist, das habe ich keinen Plan gehabt. Also ich habe mich da erst reih lesen, reih hören müssen in die Muse. Ja, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Aber es wird einem halt schon oftmals so verkauft, erster Preis Orchester, zweiter Preis Musikschulehrer, dritter Trostpreis freiberuflich. Ich habe das Glück gehabt, dass ich beim Braunstädter Willi studiert, von Notzelpreis dazu bist, der das ja selbst auch so ähnlich betreibt. Also auch ganz viel mit seiner eigenen Band unterwegs ist. Der hat mich nie probiert in einer Ecke. Er hat auch gesagt, er macht sich im Großen und Ganzen nicht große Sorgen um mich. Ich soll einfach das machen, was ich Lust habe. Und er glaubt da schon dran, dass das funktionieren wird. Genau, und ich habe dann auch ein bisschen Orchesterfahrung gesammelt, habe aber auch gemerkt, dass ich glaube ich da nicht der Typ dafür bin, der das sein Leben lang machen kann. Einfach, genau, und das war dann so der nächste Schritt. Und dann habe ich immer schon Bands gehabt und natürlich auch durch das Vorbild Notzelpreis. Für mich war immer, das war mein Traum, wenn ich mir denke, ich spiele mit meiner Band und die Leute kommen wegen der Muse, die ich mache, den Abend daher. Was Besseres gibt es ja nicht, was Besseres gibt es nicht. Ja, und Gott sei Dank ist sie das bis dato halbwegs ausgegangen, zum Glück. Ja, zum Glück für uns alle. Ja. Cool. Und welches Tuba-Modell spielst du denn jetzt heute? Ich spiele tatsächlich, ich bin auch, also eine Mirafone Petruschka heißt das. Die wunderbare Tuba ist ein bisschen ungewohnt oder der Anblick in Europa wahrscheinlich, wegen der Perinie-Ventile, wird bei uns nicht so oft gemacht. Ich habe die Tuba damals mit 18, 19 schon mal probiert gehabt und mir hat die immer schon fantastisch getaugt. Und dann hat es noch geheißen, du, jetzt schaust du mal, falls du noch doch noch Probespiele machst, jetzt schaust du dir mal die andere Tuba noch. Für mich war immer klar, das ist mein Instrument, ich fühle mich sehr leicht auf dem, das kaschiert meine Schwächen und das ist auch wichtig, wenn man ehrlich ist. Auch wichtig, ja. Und ich komme mit dem Instrument sehr gut klar, genau und ja, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, das ist einfach das Prinzip vom Ventil, das ist einfach ein bisschen anders und das ist in Deutschland, Österreich und im deutschsprachigen Raum einfach nicht so verbreitet, wobei man sagen muss, im Rest der Welt dominant dafür. Auf jeden Fall, ja. Super. Und wie viele Tuben hast du denn? Also, ich habe, Wahnsinn, das ist eine gute Frage. Also es sind jetzt nicht so extrem viele. Ich habe ein B-Helikon, ein F-Helikon, ein B-Tuber und drei F-Tuben. Okay. Aber es ist eh noch völlig übertrieben, aber ich verkaufe ungern Instrumente. Okay. Also es werden immer nur neue dazu gekauft. Ja, und halt so sämtliches andere Standard-Equipment, was man auch braucht im Tonstudio, damit man halt ein bisschen was vorwärtsbringt. Mit Tuba allein wird es dann doch ein bisschen mumpfig oft. Also Trompete, Flügel und so eine Bosaune. Und die noch ein, wo ich auch alles nur rumstehe. Na, sehr gut. Und welche Tuba kommt dann wo zum Einsatz oder spielst du hauptsächlich? Ich spiele eigentlich hauptsächlich oft. Ah, okay. Ich muss sagen, das Beethoven-Spielen mache ich zum Üben, aber ich habe kaum Auftritte, wo ich mit der Beethoven spiele. Außer ich spiele mal mit einem symphonischen Blasorchester oder irgendwo mit. Das ist ein Sechsviertler-Beethober. Das ist also für die Blasmusik-Geschichte nicht optimal. Du trägst schon sehr zu. Und ich habe den Eindruck, also ich persönlich, ich hoffe, ich liege nicht komplett falsch, dass ich mit der Tuba einfach eine recht gute Bandbreite abdecken kann. Also die funktioniert solomäßig. Die funktioniert aber auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit 14, 15 Mann in so einer böhmischen Besetzung spielst, kannst du trotzdem die zweite Tuba spielen, weil die relativ dick wird nach unten. Aber auch für kleine Rebsetzung. Ich meine, es ist recht flexibel vom Sound. Cool, super. Und wenn du die im Stehen spielst, hast du dann ein bestimmtes Tragesystem? Ja, ich habe mir da tatsächlich von Schuster so einen Ledergurt machen lassen, wo du dann so einhackst. Und das funktioniert tatsächlich. Das ist eine ganz kleine Schuhfirma aus Grafing bei München. Und der ist selber, du bist, und hat sich mal anbaut. Und dann bin ich da mal hingefahren und er hat das echt cool gemacht, auch gemütlich. Ah, super. Und haben wir ein bisschen ausprobiert. Das ist ja schon ein spannendes Thema, das im Stehspielen mit der normalen Tuba. Ich werde es eben auch wahnsinnig oft gefragt, wie ich, genau, weil ich auch hauptsächlich im Stehen spiele, das auch sehr genieße. Ich habe auch so einen Hüftgurt, eben weil ich froh bin, wenn meine Schultern irgendwie frei bleiben können und auch die Atmung da nicht durch irgendwas Gurtmäßiges beeinträchtigt ist. Genau, also ich habe einen Gürtel, auch von so einem Österreicher, der das irgendwo in seinem Kämmerlein. Das ist ein Nischenmarkt. Ein Nischenmarkt, ja. Aber auf jeden Fall nicht zu verachten, wichtig. Ich glaube, das wäre total spannend für ganz, ganz, ganz viele Leute, weil das Problem hat man ja doch recht häufig. Also, marschieren mit einer Tuba ist sowieso immer Albtraum. Aber, also für mich jedenfalls, ich habe da selten Spaß. Mir verwackelt es auch alles, aber im Steh geht es gut. Ich habe dann auch mal ausprobiert bei dem Gurt, dass man nun mal mit Hosentrager, wie bei der Lederhose oder so, nach hinten. Aber das hat nicht funktioniert, weil durch das Gewicht nach vorne zieht man das hinten auch. Ja, genau. Das wäre ein ganz komisches Gefühl. Ja, das stimmt. Das haben wir dann wieder revidiert. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich genieße es eigentlich total, die Tuba im Stehen zu spielen. Ich hatte das ganz lang nicht. Da sitzt man einfach immer und irgendwann kam dieses eben auf der Bühne im Stehen und irgendwie ein ganz anderes Spielgefühl. Absolut, ja. Ich spiele alle, aber im Stehen tatsächlich werden sitzen. Ja, das ist interessant. Du hast schon vom Unterrichten gesprochen. Was sind da so deine Schwerpunkte oder worauf legst du besonders Wert? Ich probiere, je nachdem nach Alter, ich probiere wirklich sehr viel ohne Noten zu machen, weil ich einfach immer noch extrem profitiere durch mein erstes Instrument, durch die steirische. Das habe ich ja komplett ohne Noten gelernt. Und da war das, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es schon eine Griffschrift gegeben, aber mein Lehrer hat das nicht verwendet. Und da bin ich immer mit meiner Kassetten hin. Das war jetzt auch nicht so der Oberpädagoge, der hat mir das halt einmal draufgespult und hat gesagt, wenn du das Nächste auch nicht kannst, dann komm über Nächste. Oder wenn du das halt kannst, kommst du wieder. Auch nicht langsam oder so irgendwie, sondern einfach einmal. Und von dem her, ich habe da wahnsinnig lang oder profitiere immer nur über die Ohren einfach. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dir so ein DIN-A4-Zettel vor dir wahnsinnig viel von da wegnimmt. Also ich glaube, wenn der Fokus, der visuelle Fokus auf so einem Zettel ist, dann glaube ich, geht dir wahnsinnig viel vom Zuhören verloren. Natürlich geht das nicht nur, sehr klar, die müssen Noten lernen. Aber das probiere ich am Anfang, dass ich ihnen klar mache, auch diese Basisübungen und so, dass sie sich da einfach selbst die Kreativität, die Kinder können sein lassen. Also das ist auch wichtig irgendwie, dass man jetzt nicht sagt, okay, das punktierte irgendwas war jetzt lang, zu kurz. Wenn es cool klingt, dann hat er recht oder hat es recht, finde ich. Also wenn es dann mal seriöser wird irgendwie oder wenn die irgendwelche Ziele haben, wo man ja, wird klar, dann muss man es anpassen. Aber prinzipiell, der Spaß an der Freiheit, das ist das Allerwichtigste, dass die, ich meine, was für Hobby ist so intensiv und so zeitaufwendig, wie er Musik spielt, das hast du ja doch nicht. Wenn du selbst den Fußball feiern, wenn du sagst, da trainierst du zweimal die Woche, wer geht freiwillig noch die anderen fünf Tage auf dem Fußballplatz und übt Freistöße. Das ist einer von hundert, aber wenn du ein Instrument lernst, dann ist einfach klar, du musst das sehr, sehr regelmäßig machen, sonst wird es nichts. Das ist leider so, dass man manchmal auch was wünschen kann. Kann man jetzt nicht beschönigen. Nein, das muss man, also ich finde, das gehört auch toleriert einfach. Und genau, denen immer zum Vermitteln, dass es Spaß machen muss, soll, im Optimalfall. Und wenn es keinen Spaß macht, dann muss man Wege finden, dass man künstlich einen erzeugt. Weil natürlich der Kopf auch immer sehr, sehr am Start ist. Und ja, das ist so meine Herangehensweise. Wobei sich das auch immer wieder verändert. Also man lernt ja da als Lehrer auch nie aus. Du hast ja lauter Individuen. Du hast da IGP wahrscheinlich, Konzertfach und IGP. Oder hast du in Deutschland anders? Es heißt anders, aber, also ich habe ursprünglich Schulmusik. Ah ja gut, dann hast du ja die ganzen pädagogischen Sachen. Ich meine, das ist alles super nett und so. Aber das Schubladendenken, das funktioniert halt bei den Einzelnen oft nicht. Da ist jeder anders. Oder jede anders. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass man eine enorme Verantwortung hat. Weil wenn eine Schülerin zu dir kommt und einmal in der Woche eine Stunde bei dir hat, dann bist du wahrscheinlich der einzige Mensch außerhalb von ihrem Elternhaus, mit dem sie so viel Zeit allein verbringen, dass wir mit dir. Ich habe ja das Beispiel gesagt mit meinem Lehrer, der mich dazu gebracht hat, dass ich dieses Abi mache. Also ich meine, was der für einen Impact hat auf dich. Und dessen muss man sich immer bewusst sein. Also man kann da wahnsinnig viel in richtige, beziehungsweise in falsche Bahnen lenken. Und im Endeffekt, wenn du einen Schüler hast, da musst du sagen, bitte, hey, wenn es nächste Woche wieder so vorbereitet, bis du uns beide den gefallen, übe oder sag mal davor ab. Und wenn du das zum Nächsten sagst, der hört auf. Und der Erste übt voll, weil er die Kritik einfach total pusht hat. Und das musst du halt als Lehrer eigentlich einfach psychologisch irgendwie beurteilen können, was du sagen kannst. Natürlich, das muss immer in einem Rahmen sein, was völlig okay ist, verstehe ich mich nicht falsch. Aber den einen pusht die Kritik, den anderen handicapped es. Und da zählt nur der Einzelfall. Ja, klar. Und eben da die Sensibilität und Awareness zu haben, genau, was dem einen oder anderen hilft. Das ist spannend. Ja, total. Gibt es eine Stefan-Huber-Spezialübung oder eine Lieblingsübung? Also was ich jeden Tag übe, also ich meine, das übt wahrscheinlich jeder jeden Tag Tonleitern. Das ist einfach das Um und Auf, glaube ich. Die müssen wir einfach kennen. Genau, und die halt auch am besten in die ganzen Kirchentonarten. Durch das wahnsinnig gesund, weil man das nicht im Ohr hat, oft. Und da kommt man nicht in die Gefahr, dass man einfach höher bläst und irgendwas greift und dann mal schaut, wo man rauskommt. Sondern man muss es gut vorstellen, kann man schon davor. Das ist auch ein sehr gutes Training. Ja, super. Und wie viel übst du am Tag? Es kommt total drauf an. Ich bin jetzt wieder höchstmotiviert, gerade zum jetzigen Zeitpunkt und schaue wirklich, dass ich in der Früh immer gleich gescheit übe. Zumindest mal, keine Ahnung, zumindest mal eineinhalb Stunden oder so. Dann ist es gut für das Gefühl, wenn es du um neun schon eineinhalb Stunden geübt hast, dann könnte der Tag eigentlich nur noch gut werden, weil man geht so bis seelt rein. Nein, wenn man ehrlich ist, wenn man auf Tour ist, schafft man es oft einfach nicht wirklich. Da spielt man sich halt ein, ich mache den Soundcheck und dann spielt man ein Konzert. Aber so richtig diszipliniert üben funktioniert bei mir immer besser, wenn ich nicht auf Tour bin, sondern Pause habe. Aber ich bin immer noch am Arbeiten, dass ich das irgendwie gescheit integrieren kann und dass ich da ein bisschen strenger zu mir bin, weil ich liebe üben. Ja, wirklich, wirklich, wirklich brutal gern. Aber halt nicht unter Zeitdruck. Ja, ja, total. Also ich übe auch gern. Also es ist auch immer so ein bisschen Me-Time dann irgendwann. Absolut. Irgendwann nur mit sich und dem Instrument verbringt. Aber ich, boah, ich kriege es auch so richtig regelmäßig gerade auf jeden Fall nicht hin. Ja, es ist voll schwer. Es ist, ich bin natürlich auch da schon immer gefährdet. Das gehört jetzt zu meinen Neujahrsfortsätzen. Das ist ein bisschen besser. Das ist ja schon fast Februar oder schon. Ja, schon fortgeschritten. Also ein kleiner Teil Erfolg ist es ja schon mal, das Ganze. Ja, ich glaube, es ist wie beim Sport. Wenn du jeden Tag hinterfragst, ob du laufen gehst, dann wirst du nie ein Läufer werden. Und irgendwann musst du es einfach in deinen Alltag integriert haben, sodass du das nicht hinterfragst. Und da bin ich noch irgendwie am Optimieren. Ich auch. Sehr gut, da bin ich beruhigt. Ich habe dich noch gar nicht beglückwünscht. Instrument des Jahres. Erzähl, Glückwunsch. Geht ihm so. Was macht für dich die Tuba so besonders? Ja, du bist wahnsinnig flexibel einfach. Also man kann unglaublich viel verschiedene Klänge erzeugen. Man kann viel verschiedene Funktionen einnehmen. Je nachdem du jetzt eher melodiös die Hauptmelodie spielen willst. Keine Ahnung, in welcher Absetzung mit Klavier. Natürlich dann jetzt im Pop-Bereich auch die Bass-Funktion. Improvisieren im Blasmusik-Volks-Bereich. Im Jazz. Mein Dixi hat es auch schon immer gegeben. Also es gibt eigentlich ganz, ganz wenig Grenzen. Techno. Es gibt eigentlich echt wenig, was du auf dem Instrument nicht machen kannst. Oder sagen wir mal, du kannst wahrscheinlich ziemlich viel auf jedem Instrument machen. Ich finde, auf der Tuba hört sich fast alles gut. Ja. Sehe ich auch so. Cool. Ja, und gerade im Bass-Bereich. Du hast ja bei La Braspanda gespielt. Wie war das? Was war das für eine Zeit, als bayerische Band durch die Welt zu touren? Ja, es war wohl die Zeit. Ganz eine wilde Zeit. Ich bin da direkt nach dem Studium gefragt, wann ich da einsteigen würde. Das war natürlich der Jackpot. Es war 2013, Ende 2013, habe ich den Anruf gekriegt und habe ein bisschen geprobt. Ja, und da muss man auch schon so ehrlich sein. Die Band war schon relativ weit. Also, das war kurz vorher dieser Eurovision Song Contest-Geschichte da, wo es einen extremen Push gekommen hat und ich bin da dazugekommen und das ist voll gelaufen. Und für mich war das halt so aus dem Studium raus in den Nightliner, wo du so denkst, Alter, wo bin ich denn jetzt? So ein Klant irgendwie. Und das war eine fantastische Zeit. Also, ich habe es echt genossen. Wir haben auch coole Sachen, wir erleben dürfen, riesen Konzerte. Auch auf Bühnen, wo du halt als du bist denn oder als du bist nicht so leicht hinkommst. Keine Ahnung, auf die großen Rock-Festivals und so. Bist mit der Toba meistens da der Einzige eigentlich. Die Egedan und Egedan-Dichte ist natürlich besser. Nein, war fantastisch. Bin mir auch total dankbar. Und dass ich das als Mitmacher dürfen habe, waren schon gute Sachen dabei. Was war das krasseste Konzert, Erlebnis? Also, oder abgesehen von La Praspanda kann auch woanders. Also, mit La Praspanda kann ich mich an ein Konzert in Karlsruhe bei Das Feste erinnern. Das ist ja eh schon eine coole Location, weil da waren so diese Hügel da rauf. Und da war es extrem warm und staubig. Und da hat es einfach so eine Nummer gegeben, wo der Dettel-Stefan die Leute animiert hat, erst acht Schritte nach links zu gehen und dann wieder acht nach rechts. Und keine Ahnung, wie viele da sind, 30.000 oder so. Und dann hat das halt zum Staum angefangen. Das hat so irre ausgeschaut. Das war schon auf alle Fälle Highlight. Cool. Du hast gesagt, wenn du in der Früh um neun schon eineinhalb Stunden geübt hast, ist es ein guter Tag. Was macht denn einen perfekten Tag für dich aus? Ah, ein perfekter Tag ist, also mein Lieblingstag ist, dass ich in der Früh in mein Studio gehe und auf Nacht wieder rauf. Das war ein perfekter Tag. Nein, also mein Beruf ist Musik, aber auch mein Hobby ist Musik. Sobald ich irgendwas damit mache darf, ob das jetzt ein Textschreiben ist oder Akkorde am Klavier auschecken oder Tuba spielen, Flügelhorn probieren, irgendwas Brauchbares zum Produzieren. Oder das ist für mich alles ein Traum. Ich mag mich nicht ärgern, wenn ich mich ärgern muss. Also über mich selbst schon, wenn ich einen Schmarrn spiele oder so, das ist völlig okay. Aber zwischenmenschlich mag ich mich nicht ärgern, das hat mich immer weit zurück. Und ja, für mich Musik zu machen, das ist ein totales Privileg. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, okay, vielleicht ist es gar nicht mehr mein Hobby. Und das muss man sich einfach erhalten. Und das muss man sich auch aktiv immer wieder sagen, dass du da was machen darfst. Die Chance haben nicht so viele Leute. Ich glaube, die Leute, die ihren Beruf wirklich bedingungslos lieben, das ist nicht einmal so ein hoher Prozentsanteil gesamtgesellschaftlich gesehen. Von dem her muss man sich das einfach immer wieder aktiv vor Augen halten und das genießen und dankbar sein. Okay, cool. Und die Pläne für 2024? Was steht an mit Kapelle So und So oder diverse andere? Mit Kapelle So und So der Tourplan steht eigentlich ziemlich. Wir spielen wieder echt ganz coole Sachen, auch mit Sinfonieorchester heuer zusammen, wo wir unsere Stückeln quasi arrangieren und werden quasi vom Sinfonieorchester begleitet, bei so einem riesen Open Air. Das wird sicher cool werden. Ich darf noch bei so einer Blaskapelle vom Gansch Thomas mitspielen. Da spielen wir auch wieder, das gibt es jetzt seit zwei Jahren, heuer, glaube ich, spielen wir auch wieder 10, 15 Konzerte oder so. Das macht auch sehr, sehr Spaß. Es ist natürlich eine Riesenehre, bei dem Haufen da mitzumspielen. Und prinzipiell, ja, mein persönliches Ziel ist immer, dass ich mich weiterentwickele, einfach in irgendeiner Art und Weise, tontechnisch am Instrument. Das Thema Musik ist ja so breit gefächert, ob du jetzt ein bisschen in die Planung mit einsteigst oder halt Social Media, du kannst den ganzen Tag irgendwas lernen, damit du besser wärst. Und das ist mein Ziel, dass ich nicht schlechter wäre. Das ist ein sehr gutes Ziel. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sage danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche oder Anregungen. Gebt uns einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald. Bis bald. Bis bald.